Und weiter geht's, auf der Ishimura. Er schreckt sich bei seinem eigenen Drehstuhl. Ja, nicht schreckt. Das ist so unkonvenient. Und unplecid. Ähm, ja. Wollen wir mal weiter. Dieses Gift verbreiten, das der Lebotan stirbt. Da rein? Ja. Aber da ist doch nichts. Nur Plasma-Energie. Da ist ein alter Lock. Wo? Logbuch der Hydrostation. Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Käpt'n hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt. Und Ihnen unseren Überschuss zu verweigern wird daran auch nichts ändern. Eine Grüne. Eine Erzgrüne. Naja, das ist nett. Aber... Naja, hm. Wenn sie auf der Mikrostation arbeitet, war scheiße, wenn sie... Kommunistin wäre. Hallo? Hallo? Hier steht doch keiner auf, hä? Sie sind alle am Klo verreckt. Ah, es geht los. Was, was? Ja, komm schon. Okay. Okay. Das war nicht... Oh, lecker. Ja, schon. Das nennt sich die Ursuppe. Oh, ich hab ja auch kein Spiegelbild. Oh, ho, ho. Oh, 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 ho. Potatoes. Schinken. Nein. Schaut doch gut aus. Oh, der Schema. Laserkanone. Energie. Jawoll. So. So, es dürften. Die Tomaten sehen gut aus. Oh, was? Na, Tomatoes. Tomatoes! Okay. Da ist einer. Ja. Ah, den kennen wir. Ist das unser? Ja. Oh, bitte. Wie schön sie lebendig zu sehen. Nehmen sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich hab's gesehen. Es ist riesig. Mach deine Hose zu. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen. Angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hermanns. Ich dachte, sie wären tot. Hm. Gehen sie irgendwo hin, wo die Luftdauerer ist. In ihrem Zustand sind sie, Isaac, keine Hilfe. Hm. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Gott, da verpisst jemanden. Verpisst du an den Blasmen? Ich habe schon den Cutter nachgeladen. Nein. Was? Und die letzte? Die großen Cutter haben wir noch gar nicht. Das Ding ist doof, die Waffen. Die müssen nicht so lange laden, bis sie schießen können. Ja, das ist eine ziemliche Erststückwaffe. Aber das, was sie schießt. Das ist schon vernichternd, ja. Na, halt den. Nur dem. Geben wir ein bisschen Unkraut stutzen. Ja, 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 ja. Meh. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschattung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Ja, klar. Ich glaube, da braucht man ein bisschen mehr Unkraut-Ecks, aber ist okay. Warte mal. Das ist alles Leviathan. Ja. Wir sind bereits im Leviathan. Ja. Ah, ähm. Fuck. Number of fucks given one. So ungefähr, ja. Okay. Danger. Danger. Da ist ein Schrank. Und ein Schop. Wee. Hey, das ist das Schema. Wenn wir los. Ja. So, was haben wir jetzt im Moment da? Oh. Die Maser-Know. Als nächstes kommt ein Schema für Luftkornistermittel. Was haben wir denn sonst im Moment da? Medi-Packs können wir lassen. So, Mann. So, Mann. So. Und nächstes können wir mal alleine durch. Na, das werden wir nur die Cut-Energie brauchen. Ja. Das ist eine Kanone. Ich weiß. Der bitte zufrieden mit der Waffen, ganz ehrlich. Täusche aus gegen etwas. Oder behalte sie für etwas Großes. Ja, das ist los. Was weiß ich noch. Rüpperklink. Die Fiergerns rein geben. Die Strahlen-Kanone. Oh, ja. So. Wo haben wir es jetzt für die Strahlen-Kanone? Kannst du den Pulsprojekt-Element nehmen? Und jetzt. Die Strahlen-Munition, oder? Die Strahlen-Munition, oder? Was ist es? Was ist es? Tiram. Jetzt einmal raus. Ja, das ist es nachgeladen. Das ist jetzt das Sauberat, ja. Damit können wir... Kannst du gleich noch mal Munition rausholen? Das passt schon. Die brauchen wir nur einen Notfall. Na dann. Mach mal auf hier. Das ist echt. Also wirklich lecker. Aber du hörst nicht nur wieder keuchen durch den Helm. Aber wie wir wissen, dass jeder gute Ingenieur ist mit einem Filter. Ich sollte wohl froh sein, dass Hermit noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Hm, bestimmt. Das war gerade ein Audiolog. Ich glaube, es sollte mit drin stehen, wenn das faszig ist. Eine W8-Bank. Einen Knoten haben wir bekommen. Geben wir auf mehr Leben oder eine Waffe besser? Ah, die Strahlenkanone. Ich würde gerne den Rippermeer schonen verpassen. Verklinge. Aber schau jetzt jetzt plötzlich die Strahlenkanone. Breite. Wo ist denn? Da ist Breite, da ist Breite. Ich glaube, es passt nicht. Oder 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 es passt nicht. Nein, es gibt die Schaden vom Rippermeer hoch. Nein, es gibt die Schaden vom Rippermeer hoch. Okay. Ich vermute aber, dass du so etwas fertig ausbauen kannst. Du brauchst ein paar Durchgänge beim Spiel. Hm, wahrscheinlich. Das war verdammt viel Kohle. Okay. Okay, passt. Weiß. Kredits? Nicht Republikanische. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ich bin gespannt, wie der Legatano schaut. Ah, hast du schon mal ein Bild von deiner... Nop. 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 Und da grad. Das war so ein normaler Creep, bis ihr fad. Wir haben da was liegen gelassen. Noch schaut's nett aus. Damn. Duftfeuchtigkeit! Warum... Zirpen der Grillen? Was sind mutierte Grillen? Pass auf! Ja. Acht Meter groß. Gäbes! Ah, hast du Stamped? Äh. Ah, hast du Stamped? Nope Ach, naht Ach, naht So Fucker Ha 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 Naja, okay, now we have to know that it's too strong, that's what we have to say That's what we have to say On the right hand is good, with more you get the panic because it's long out Is it a bit sweet or is it another problem? I don't know Abloot One is a good I think that's good Fast He is getting the power to get out of the brain I think it's a big part One more Is this a so bad part? I think that's a bad part That's quite a bad part I think that's a bad part That's a good part Okay, erstmal ablooten. Der Infight Heal war schon fein, ne? Ja. Man kann übrigens weiterlaufen während der Menü, das ist mit der Hälfte. So, die Große kann man aufladen. Reingegriffen, da kommen wir nochmal vorbei nachher. Schön. Muss gut sein. Ja, damit das generell immer alle F-Unpass sind. Okay, gut. Jetzt haben wir die mutierten Zirpen. Ja. Nährstoffhass wird ersetzt. Ja. Ebene 2. Okay. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein Zuständer der Techniker wurde informiert. Ja, wir sind schon da, danke. So, nächster Gegner-Wave bereit. Hm, da ist noch so ein extra Raum. Wir sind in Ebene 3, aber jetzt klären wir mal die zur Räume her. Hydro-Steuer. Oh, da steht wer auf. Einen Schrank von 9. Nein. Okay, jetzt ist er eindeutig infiziert. Fucherwasser ver... Luft, geh raus. Oder geh weiter, aber bleib nicht stehen. So, weitergehen? Gehen wir weiter. Ja, aber nicht stehen bleiben. Das ist er. Nebenauf... Ah! Hängt er dir? Ja, ja, aber... č Hz Dают wir mal so, jetzt wissen wir, was das für ein Geräusch ist. Und das ist die Nebenaufgabe, okay. Meinst du, das war die einzige? Ich glaube nicht, dass das der einzige war, oder? Du willst doch mal hell, nice. Ich finde die haben es cool animiert. Ja, die waren cool. Welcher meinst du? Der Typ mit dem Ding um zu... zu ausmachen. Boah, ja, der war cool. Da müssen wir noch mal hin wahrscheinlich, weil der Hydro-Steuerhagen drauf stand. Kann gut sein, ja. Ah. Was ist der Nächste? Ja. Mehr Dipper-Klingen. Wie soll man das wieder bei, bitte? Über 30. Okay. Ja, und für den Cutter haben wir Kilo-Reiß-Punition. Perfekt. Und für den Industrie-Cutter haben wir mehr. Mal drei Klingen noch. Der Industrie-Cutter. Damit kann man nicht nur solchen... Das ist wirklich, das ist der KD. Der D-K-D. Das ist der D-K-D. Der D-K-D. Na dann, los geht's. Na dann, bis zum nächsten Teil. Haha. Gut. Servus Leute. Ciao.